Herzlich Willkommen meine Damen und Herren für unserem Sommerspecial. Ich berichte Ihnen heute aus meiner Heimat, dem schönen Schwarzwald. Dies ist eine Region der Superlativen. Zum Beispiel sehen Sie im Hintergrund die drittgrößte Kuppel Europas, die Kuppel des St. Plasierdoms. Dies ist gebaut worden, um Gott zu danken, dass es hier immer das schönste Wetter Deutschlands gibt. Außerdem gibt es hier auch das leckerste Eis nördlich der Alpen. Der Schwarzwald ist der größte Country Club Deutschlands. Dazu sehen Sie gleich mehr. Viel Spaß! Hier im Gegensatz zum großen Kuppeldurm sehen Sie die kleinste Kirche für Labertiere. Extra nur für uns. Es ist uns eine Ehre. Hier sehen Sie das höchstgelegene und beheizte Freibad Deutschlands. Das ist das 50 Meter Becken unseres Country Clubs. Hier sehen Sie die Tennisanlage und das ist Country Clubs. Man kann sowohl drinnen als auch draußen spielen. Hallo, hier bin ich wieder. Wir sind hier am Schluchsee, am größten Stausee in Deutschland. Hier schwimmen viele Kinder im See in Rosabine. Die schwimmt in die Turbine. Hier kann man sich Bötchen mieten und von Bötchen in den See springen und mit einem Boot über den See fahren und den See besichtigen. Hallo, ich stehe hier vor dem Holzerner Rathaus. Hier gibt es die meisten Schweizer nördlich der Schweiz. Hier rechts von dem Rathaus sehen Sie die Holzerner Grundschule und links sehen Sie ein spanisches Restaurant. Möhm. Möhm. Körnle Later Willen Untertitelung des ZDF, 2020